Wenn wir eine Möglichkeit finden, ein paar Tanker der Zylonen abzufangen. Warum denn nur Tanker? Wir nehmen uns gleich das Hauptlager vor auf Gomorra. Der Geleitzug hat Gomorra bereits verlassen. Wenn wir für diesen Weg Turbos einsetzen, dann können wir sie einholen, bevor sie den Quadranten verlassen. Wir brauchen genug Treibstoff, um diese Flotte ständig zu versorgen. Unbegrenzt. Wir müssen diesen Stützpunkt haben. Wir müssen Gomorra einnehmen. Stirb Galactica und stirb Adama. Jetzt bereite ich dir das Ende. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF.